ein wunderschönen guten morgen heute morgen extra früh aufgestanden um hier den sonnenaufgang an der außenmühle mitzubekommen das hat auch schon ganz gut geklappt und ja jetzt gehen wir noch mal ein bisschen rum die stimmung genießen und dann suchen wir uns später noch mal einen platz wo wir uns schönen tee kochen können also viel spaß so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann wollen wir uns mal einen schönen heißen Tee machen. Es gibt doch nichts Feineres als einen heißen Tee, wenn es draußen kalt ist. Heute sollen es 16 Grad werden. Wir würden den 27. Februar und es würden 16 Grad werden. Kaum vorstellbar. Ich bin schon wirklich gespannt, ob wir wieder so im Sommer wie letztes Jahr bekommen. Das wäre natürlich fantastisch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Einfach herrlich. Schade, dass die Autobahn so laut ist. Das könnte man die Natur noch ein bisschen besser genießen. Aber das ist schon sehr schön hier. Einmal um die Außenbülle laufen sind so circa drei Kilometer, was jetzt nicht wirklich viel ist. Ich bin jetzt hier an einem etwas abgelegeneren Platz. Und wenn man die gesamten Wiege der Außenbülle abläuft, dann soll man so auf zwölf Kilometer kommen, habe ich glaube ich gelesen. Und zwölf Kilometer, das ist doch schon ein schöner Tagesmarsch. So, der Tee ist alle. Sehr lecker. Dann geht es jetzt wieder auf nach Hause. Dann geht es jetzt wieder auf nach Hause.